Herzlich willkommen zu Oxprun, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Wenn Sie denken, mir ist kalt, stimmt nicht. Den Schal kann ich eigentlich wieder abnehmen. Ich wollte eigentlich nur sagen, wir als Menschen regeln unsere Körpertemperatur selbst. Wenn es uns zu kalt ist, nehmen wir natürlich noch Hilfsmittel, wie zum Beispiel einen Schal oder eine Jacke dazu. Aber in der Regel regeln wir die Körpertemperatur selbst. Das müssen wir gar nicht mit dem Kopf machen, das geht ganz automatisch. Das ist ein sehr komplexer Regelkreis. Und solche Regelkreise haben wir auch in der Technik. Aber zuerst müssen wir mal mit einem Irrtum aufräumen. Schauen Sie mal, ich habe ein Funkgerät mitgebracht, ich hätte auch ein Radio oder beliebige andere Geräte nehmen können. Und hier oben, da kann ich die Lautstärke einstellen. Normalerweise sagt man, das ist ein Lautstärke-Regler. Aber das ist eine sprachliche Inkorrektheit. Das ist ein Lautstärke-Einsteller. Denn ein Regler, der würde ja stetig regeln. Zum Beispiel, wenn ich damit unterwegs bin und die Geräusche im Auto würden sich ändern, würden lauter werden, würde ein Lautstärke-Regler es automatisch lauter machen, damit ich etwas verstehe. Aber das ist nur ein Einsteller. Der stellt nur die Lautstärke ein. Regeln. Das ist ein ganz komplizierter Vorgang. Ich muss ja wissen, was muss ich regeln. Zum Beispiel zu Hause an Ihrem Heizkörper das Thermostat. Da stellen Sie eine bestimmte Temperatur ein und dann wird die Heizung geregelt. Das heißt, die Durchflussmenge des warmen Wassers durch diesen Heizkörper, die wird entsprechend diesen Thermostaten innen drin, da ist in der Regel ein Bimetall oder sowas, oder es ist sogar elektronisch eingestellt. Das ist ein Regelvorgang. Aber wir haben in der Industrie, in der Technik, in vielen Bereichen sehr komplexe Regelaufgaben. Die kann man nicht mit so einem Heizkörper-Thermostat erledigen, sondern da muss man wirklich Technologien haben. Da ist ein Mikroprozessor drin. Da sind Eingänge drin für verschiedene Messgrößen und Ausgänge zum Schalten, zum Steuern, für Strom, für Spannung und so weiter. Ich hatte ein Problem bei mir im Wohnmobil, war da die Heizungsregelung defekt. Das habe ich mir dann selbst repariert und bin bei der Recherche auf einige Geräte gestoßen, die mir sehr interessant vorkamen. Allerdings für meine triviale Aufgabe im Wohnmobil zu komplex waren. Dennoch, ich will sie Ihnen vorstellen, denn es sind High-End-Geräte. Was ich hier in der Hand habe, das ist wirklich Hightech vom Feinsten. Ein einfaches Gerät, so sieht es aus, aber es hat ein sehr komplexes Inneres. Wir sehen hier oben zum Beispiel, jetzt hat er einen Relaisausgang geschaltet. Bis zu zwei Relais kann ich hier mit schalten. Es gibt verschiedene Versionen davon, von diesem PCI C21. Und ich habe ganz, ganz viele Möglichkeiten, in unterschiedlichen Menüs unterschiedliche Dinge einzustellen. Ich habe Eingänge, ich habe Ausgänge. Hier bin ich im Set-Modus und habe jetzt hier die Möglichkeit, zum Beispiel zu sperren, dass man nichts mehr ändern kann. Ich habe unterschiedliche Einheiten zum Beispiel. Ich kann sagen, möchte ich einen Dezimalpunkt haben oder nicht, wie viele Nachkommastellen und so weiter. Also, es ist sehr komplex in seiner Gesamtheit. Und wenn wir jetzt mal hinten drauf schauen, da ist die Anschlussreihe. Da haben wir einmal den Anschluss für 230 Volt Wechselstrom. Damit ist es jetzt angeschlossen. Und dann jede Menge andere Sachen. Hier oben habe ich zum Beispiel Analog Eingänge, Ausgänge. Da kann ich Spannungen drauf geben. Ich kann Ströme messen, 0 bis 20 oder 4 bis 20 Milliampere, 0 bis 10 Volt. Also das Übliche, was man in diesen Bereichen hat. Und ich habe die potenzialfreien Relais-Schaltausgänge. Auch die sind hier über die Klemmleisten einfach zugänglich. Das ganze Gerät, dieses C21 von PCE, das kann eingebaut werden. Und das hat dann hier einen solchen Einbaurahmen. Da will ich es jetzt mal nicht mit Gewalt rausziehen. Da kann man es rausziehen und wieder reinschieben. Und wenn man dann wieder zurückgeht in den normalen Modus, dann zeigt er auch an, was wir machen. So, jetzt sind wir wieder vorne. Also, ein kleiner Regler, der nicht nur ein- und ausschalten kann, sondern auch komplexe Regelvorgänge, PID-Regelvorgänge machen. PID, das ist der Regler, der sowohl den proportionalen wie auch integralen und digitalen Anteil einer Regelkurve, einer Regelgröße bestimmen kann. Das kann man alles auch im Einzelnen und Komplex einstellen. Es kann sogar sich selbst einen Algorithmus ausdenken. Und ich habe es mal probiert bei mir. Das funktioniert recht gut. Man muss also gar nicht sehr schwierig sich hineindenken. Das Gerät kann also selbst etwas sehen. Und es regelt auch nicht brutal sofort irgendetwas hoch, sondern hat eine Smart-Funktion, eine Rampenfunktion. All diese Dinge kann man hier mit dem Gerät anpassen, einstellen und an die eigenen Bedürfnisse, an die eigenen Maschinen und Geräte, die man damit steuern und regeln will. So einstellen, dass es optimal ist. So, jetzt habe ich hier von PCE das RE72. Auch das hier ist ein sehr hochkomplexes Gerät. Schauen wir uns das einfach mal ein bisschen näher an. Wir haben zwei Displays. Sieben-Segment-Anzeige, jeweils vierstellig. Oben habe ich den aktuellen Wert, hier unten habe ich den vorgegebenen Sollwert. Den kann ich natürlich verändern, einstellen. In diesem Modus bin ich jetzt im Moment. Ich kann insgesamt 15 verschiedene Programme ablegen, wie das Gerät sich verhalten soll. Er kann zwei Relaisausgänge schalten und er hat auch hier wieder Strom- und Spannungseingänge. Wir gucken einfach mal hinten drauf. Ich habe also einmal hier die 230 Volt Stromversorgung angeschlossen. Die Stecker kann man natürlich abziehen. und bin hier auf diesen Analog-Eingang gegangen. Hier kann ich natürlich auch andere Sachen anschließen. Ich habe jetzt hier Kabel angeflossen, will gleich meine kleine Batterie daran hängen, damit Sie sehen, dass man auch messen kann, theoretisch damit. Spannungsmessung, also irgendetwas überwachen. Oder man kann direkt Temperatursensoren anschließen. Das Menü bietet sehr unterschiedliche Möglichkeiten, welche Sensoren ich verwenden kann, ohne dass ich da irgendwie schaltungsmäßig einen großen Aufwand habe. Und jetzt gucken wir mal vorne auf das Display und jetzt schließe ich hier diese Batterie an. Ich soll es nur richtig rummachen. Das ist ein Akku, der ist schon ein bisschen leer. Und da sehen wir, der hat noch 8,6, 8,7 Volt, 8,8. So, das heißt also, das ist ein Gerät, was man direkt in irgendeine Schalttafel einbauen kann. Sehr komplex, vorgefertigte Programme abrufen. Hier kann man natürlich auch den PID-Regler in seinen einzelnen Bereichen einstellen, in seinen Parametern. Es kann sich auch selbst abstimmen auf die bestmöglichen Parameter für diese Umgebung. Er hat auch wieder einen Soft-Start, sodass man also nicht, wenn man irgendetwas einschaltet, sofort auf Maximum geht, sondern an der Rampe anfährt bis zu einem maximal eingestellten Wert. Und dann regelt er. Er kann natürlich auch einfach nur schalten und vielleicht hören Sie es manchmal klicken und man sieht es dann auch hier in der Anzeige, wenn er sein Eins dieser Relais dann geschaltet hat. Das dauert einen kleinen Moment. Ja, jetzt hat er es mal kurz geschaltet gehabt. Das wird also auch noch nach vorn signalisiert. Von PCE, das RE72, ein doch sehr komplexes Teil, mit dem man nahezu alles machen kann, was man so an Steuern und Regelaufgaben in den eigenen Produkten verwalten will. Das PCE KD5 steht hier vor mir. Normalerweise ist es ein Paneel, ein Bauinstell. Was wir hier sehen, das ist hier in ein Tischgehäuse eingebaut. Und das hat natürlich den Vorteil, dass man es auch extern irgendwo hin- und aufstellen kann. Allerdings, man kann das Grundgerät auch irgendwo selbst in den eigenen Schaltschrank einbauen. Von vorn hat es im Prinzip nur diese eine Buchse. Das ist eine USB-Buchse. Und der Rest, ich habe jetzt mal hier einen Demo-Modus laufen, da können wir schon sehen, wird über einen Touchscreen bedient. Ich habe unterschiedliche Darstellungsmöglichkeiten. Ich kann also einmal meine Messwerte hier groß anzeigen. Hier fehlt jetzt ein Sensor, da sagt eine Fehlermeldung aus. Ich kann es als Balkendiagramme darstellen lassen und kann die Veränderungen direkt sehen. Ich kann Kurven zeichnen, plotten lassen, auch mehrfach. Und ich kann altherkömmliche Zeigeinstrumente hiermit simulieren. Das Ganze ist ein Touchscreen. Wenn ich da drauf tappe, dann komme ich in die unterschiedlichen Menüs hinein. Ich kann Grundeinstellungen machen, Gerätekonfiguration machen, kann logische Kanäle anlegen und so weiter. Also Kanäle, muss man mal sagen, 48 analoge Eingangskanäle, 48 binäre Eingangskanäle, nur um mal so die Größenordnung zu sagen. Das sind immer Maximalwerte, denn das Gerät selbst hat drei Slots. Da kann ich unterschiedliche Steckkarten hineinstecken, die unterschiedliche Möglichkeiten haben. Hier in diesem Tischgehäuse haben wir hinten die analogen Ausgänge, Eingänge herausgeführt. Ausgeführt haben hier, das ist der Stromanschluss, ist klar, sieht man, USB-Host und ein Netzwerkanschluss, ein Ethernet-Anschluss. Ich kann nämlich auch über eine IP-Adresse von einem normalen Browser aus darauf zugreifen, muss allerdings Java laufen haben, sonst funktioniert es nicht. Also ein sehr universelles, hochwertiges Gerät, welches, wie Sie sehen, entweder als Standalone-Gerät mit einem zusätzlich zu erwerbenden Tischgehäuse oder als alleiniges Gerät. Da hat man dann hinten die üblichen Klemmen und Schraubanschlüsse dran, wo man alles anschließen kann. Also, ein Gerät, mit dem man im Grunde genommen alles machen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Komplexität dessen und die Komplexität des Menüs, die habe ich mir mal angesehen, die hat mich einfacher schlagen. Das bekommt man nicht alles auf einmal in den Kopf, sondern da braucht man schon ein paar Tage dafür, um die optimale Konfiguration herauszusuchen. Obwohl, auch dieses Gerät hilft natürlich wieder dabei, Regelverhalten zu programmieren, einzustellen, selbst zu bestimmen, die man dann später auch noch anpassen kann. Also, das KD5 von PCE, für mich eigentlich im Moment das High-End-Gerät, welches ich bisher gefunden habe. Das kleinste Gerät, was ich vorgestellt habe, ist dieses hier, das C21 mit bis zu zwei Galais-Ausgängen, aber komplex in der Art und Weise, wie es Steuerungen durchführen kann. Natürlich auch hier schon ein PID-Regel eingebaut und Softstart und ähnliche Sachen. Das nächste mit einem zweizeiligen Display, jeweils vier Stellen, da kann man also Soll-Werte und Ist-Werte gleichzeitig ablesen, muss sie nicht hintereinander ablesen, ist dieses Gerät mit der Bezeichnung RE72, ebenfalls von PCE. Und das dritte in einem Tischgehäuse, im Moment eingebaut, das gibt es aber auch ohne dieses Tischgehäuse. Das ist das KD5 und das ist nun ein wahrer Sensormonster, bis zu 48 analoge und 48 digitale Eingangskanäle. Man kann es unterschiedlich bestücken mit unterschiedlichen Steckkarten in die Slots. Also, eine Palette, die im Grunde genommen alles abdeckt. Schade, dass mein Wohnmobil schon umgebaut ist, sonst wüsste ich, was ich da einbaue. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und regeln Sie die Sache gut und Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017